Bundestagswahl 2021. Wir stellen die Wahlprogramme der Parteien in Sachen Rente vor. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 26. September 2021 ist es soweit. Deutschland wählt einen neuen Bundestag und auch eine neue Bundesregierung. Deutschland entscheidet aber auch in dieser Wahl über die Rentenkonzepte für die Zukunft und die drängenden Fragen der Altersdemografie und wie die Rentenversicherung zukunftsfest gemacht werden soll. Wir von Rentenbescheid24, wir haben uns mal die gesamten Wahlprogramme der Parteien angeschaut, die gute Aussichten haben, am 26. September 2021 auch wirklich in den Bundestag gewählt zu werden. Und wir haben diese Rentenwahlprogramme der einzelnen Parteien nach bestimmten Parametern untersucht und dann auch miteinander verglichen. Es geht um die Rentenwahlprogramme der CDU, CSU, der FDP, der SPD, der AfD, der Partei Die Grünen und Die Linke. Für folgende sechs Parameter haben wir uns für einen Vergleich der Wahlprogramme in Sachen Rente entschieden. Und zwar geht es uns um das Thema Bürgerversicherung, Anhebung der Regelaltersgrenze, also länger arbeiten, dann Einführung einer Mindestrente, Abschaffung der Rente mit 63, Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente, Aussagen zur Betriebsrente und anderweitigen Absicherung. Daneben wollten wir eigentlich noch zu den Folgen des demografischen Wandels und des ökologischen Fingerabdrucks bei den Parteien in Sachen Rente auch noch etwas sagen. Aber wir haben festgestellt, dass in dem Wahlprogramm dort so gut wie gar keine Aussagen getroffen worden sind. Deshalb haben wir diesen Punkt einfach rausgenommen. Wir haben also die Bundestagswahlprogramme der Parteien auf diese Parameter, auf diese sechs Parameter untersucht. Und wir stellen Ihnen in Videos dann unsere Ergebnisse vor. Um eines vorweg zu sagen, zu den Folgen des demografischen Wandels und des ökologischen Fingerabdrucks gibt es nach unseren Analysen, ich hatte es kurz gesagt, keine konkreten Aussagen. Ich muss sagen, ich finde das sehr schade, gerade weil der demografische Wandel, also die Überalterung der Gesellschaft und die Überalterung in der gesetzlichen Rentenversicherung eine tickende Zeitbombe ist. Unsere Vergleiche dienen nicht als Wahlempfehlung für eine spezielle Partei. Unser Rentencheck in Sachen Bundestagswahl soll Sie anregen, über Ihre Partei, die Sie wählen wollen, einfach nachzudenken und zu prüfen, ob diese Partei Ihre richtige Wahl sein kann zur Bundestagswahl 2021. Näher zum Thema Bundestagswahlkampf 2021 und der Scheck der Wahlprogramme finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reine, die Sie sehen, wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020